Bitcoin erreicht neue Level über der 30.000er Marke und das haben wir jetzt mehrere Tage beobachten können und stellen uns natürlich jetzt der Frage, hat der Bullenmarkt angefangen? Geht der Markt jetzt auf 100.000 Dollar? Ob das der Fall ist, das wirst du in diesem Video jetzt einmal erfahren. Von daher, bevor das Video startet, erster Link in der Videobeschreibung, kommst du zur kostenlosen Trading Team Community. Von daher, check das Ganze an der Stelle einmal ab. Sehr, sehr viel kostenlosen Content rund ums Thema Trading, zusätzlich zu den YouTube Videos. Von daher würde ich sagen, springen wir einmal rüber ins Video. Let's go! Und damit, hi und herzlich willkommen nochmal hier in diesem Video. Wir schauen uns heute einmal ganz wichtig an, was mit dem Bitcoin und gesamten Kryptomarkt denn jetzt gerade abgeht. Denn wir haben ja in den letzten Tagen schon gesehen, dass wir extrem nach oben gepumpt sind. Und jetzt ist die Frage natürlich, sind wir jetzt endlich im Bullenmarkt? Ob das der Fall ist, das werden wir in diesem Video jetzt einmal besprechen. Ich werde euch jetzt einmal vom großen Timeframe bis zum kleinen Timeframe begleiten. Dafür würde ich jetzt auch sagen, machen wir hier einmal alle Zeichnungen direkt aus dem Chart raus und gehen in den Tagesschart. Denn hier fangen wir einmal an mit der übergeordneten Analyse, ob wir uns jetzt im Bullenmarkt befinden oder nicht. Grundsätzlich natürlich wichtig zu gucken, wir hatten hier diese extreme Downstructure, ja, welche wir hier einmal gebreakout haben. Das heißt, diese Abwärtsstruktur, die wir zuvor hatten, ist nicht mehr relevant. Das heißt, hier kann man ganz klar davon sprechen, dass wir uns derzeit nicht mehr im Bärenmarkt befinden. Aber auch in meinen Augen die Frage, ob wir uns jetzt im Bullenmarkt befinden, das werden wir uns jetzt gleich einmal anschauen. Das Ding ist, wir sehen jetzt hier, dass wir hier verschiedenste Level haben, die extrem, extrem entscheidend sind. Wir haben natürlich einmal hier unten das absolute Low, was für uns ausschlaggebend ist und haben darüber hinaus diesen Liquidblock hier, diesen Bereich, sage ich mal, wo sehr viel Liquidität liegt. Diese Bereiche können wir uns natürlich hier auch einmal ideal markieren. Also hier unten natürlich einmal unser absolutes Low und dann haben wir hier diesen Bereich, wo sehr viel Liquidität liegt. Den können wir uns hier derzeit auch einmal markieren. Das ist natürlich jetzt hier sehr, sehr großzügig strukturiert. Kann man natürlich im kleinen Timeframe dann auch noch etwas tiefer hier analysieren. Das ist aber jetzt erstmal wichtig zu verstehen, dass wir hier diese beiden Bereiche haben, die für uns essentiell ausschlaggebend sind aus Support-Sicht. Die Frage ist aber jetzt natürlich hier, was sieht denn jetzt hier danach aus, ob wir weiter nach oben gehen oder nicht. Und dafür gibt es zwei, drei verschiedene Level, die hier sehr, sehr spannend sind. Zu guter erst sehen wir, dass wir einmal hier unten diesen Bereich haben, in welchem wir uns gerade befinden, wo wir in Vergangenheit extrem viel Liquidität gesehen haben. Dieser Bereich war hier wirklich sehr, sehr oft entscheidend und hat hier sowohl als Support in der Vergangenheit, wie aber auch jetzt als Resistance reagiert. Und wir schauen uns das einmal an. Hier war dieser Bereich Support, in diesen Bereichen war das Ganze auch Support und hier zu guter erst auch. Das heißt, wir haben jedes Mal gesehen, wenn wir auf dieses Level um die 30.000er Marke gekommen sind, dass der Markt hier extrem große Gegenbewegung versucht hat zu zeigen. Und in der letzten züglichen Bewegung haben wir dann hier erkennen können, dass der Markt durchgebrochen ist und dieses starke Support-Level nicht mehr relevant ist. Das heißt, dieser Support, der geht im Endeffekt einmal hier in diese Zone rein. Und wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, sehen wir, dass wir hier im Markt jetzt auch einmal genau in diesem Bereich stehen geblieben sind. Und was ist jetzt hier passiert? Das ist ganz einfach zu bewerten. Im Endeffekt ist hier der frühere Support zu einem Resistance-Bereich geworden, Leute. Und das ist jetzt hier ganz, ganz wichtig zu verstehen. Denn wir wissen ja, im Trading gibt es Support und Resistance-Unterstützung und Widerstandsbereiche. Aber wenn Support-Bereiche bestehen, heißt das nicht, dass diese für immer Support-Bereiche bleiben. Sondern in solchen Phasen können diese Bereiche als sehr starke Resistance überspringen. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel den Bereich hatten, welcher hier für uns ganz klar übergeordnet der stärkste Support-Bereich war, den wir hier gesehen haben, heißt das nicht, dass das Ganze Support bleibt, sondern wir sehen, dass das Ganze hier in einen Resistance-Bereich überspringt. Und genau in dieser Phase befinden wir uns jetzt. Und das ist jetzt hier für uns das aller, aller Ausschlaggebendste, auf welches wir uns konzentrieren. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich hier einmal diese Phasen, unabhängig von Patterns oder solchen Sachen, die wir jetzt hier gesehen haben, wie zum Beispiel hier dieses Falling Wedge oder andere Structures, die wir hier im Chart aufweisen. Nein, das Wichtige, was jetzt für uns ist, ist hier dieser Resistance-Bereich. Denn, wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, sehen wir, dass wir diesen Bereich bereits einmal hier vor ungefähr, ja, zwei Monaten angetestet haben, aber auch daraufhin hier in diese Struktur runtergegangen sind und somit dieser Resistance-Bereich die Bullen-Dominanz hier einmal, ja, besiegt hat. Das heißt, die Bären haben sich dort mehr durchgesetzt und jetzt haben wir das Ganze hier wieder versucht anzutesten. Und wir sehen auch jetzt, dass der Markt hier sehr, sehr stark reagiert und nicht weiter nach oben pappt. Was heißt das also übergeordnet? Das kann ich euch jetzt sagen, in meinen Augen, solange wir hier nicht, sage ich mal, über dieses Level geschossen sind, ja, und wir reden hier so um die 32.500er Marke, befinden wir uns in meinen Augen nicht im Bull-One. Wenn wir aber übergeordnet über diesem Level schließen, beziehungsweise auch halten, dann kann man davon reden, dass wir uns in den nächsten Bullen-Zyklus gerade bewegen und in den nächsten Bull-One kommen. Aber jetzt gerade sind wir das Ganze noch nicht. Wir sind gerade in einer Orientierungsphase, nenne ich es mal, denn hier ist jetzt entscheidend, wie wir mit diesem Bereich umgehen. Wenn der Markt also hier jetzt weiter nach oben schießen sollte, ja, wir hier zum Beispiel konsolidieren und so, ja, dann sind wir hier ganz klar im Bull-One und zwar früher, als die meisten gedacht haben. In meinen Augen aber nochmal möglich und auch durchaus wahrscheinlich ist das Level hier um die 22.000, ja. Dieses Level ist das Ziel-Level von mir, wo ich meine größten Buy-Orders noch einmal aufgestellt habe. Das kann man aufgrund von verschiedener Volumen-Indikatoren und in den Order-Büchern auch einsehen, dass dort noch sehr viel Kaufvolumen herrscht. Ich mache jetzt hier diese Bereiche mal weg. Dieser Bereich ist also in meinen Augen der Bereich, der hier nochmal durchaus realistisch ist anzutesten, ja. Und dafür gehen wir jetzt einmal in den kleineren Time-Frame und zwar in den 1-Stunden-Chart und gucken uns an, wie das Ganze hier aussieht, ja. Denn wir sehen hier nochmal schön, dass wir hier dieses Falling-Redge hatten, ja, aus welchem wir hier ausgebüxt sind, sage ich mal, ja. Dieses Falling-Redge haben wir hier extrem gut gehittet und daraufhin ist der Markt hier einmal sehr stark nach oben gepumpt, um eher genau zu sein um die 20%, was natürlich extrem stark ist und hat sich jetzt hier in unserem Resistant-Bereich geformt. Und jetzt wird es interessant, Leute, ja. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier einmal anschauen, sehen wir, wir haben hier das High gebildet, ja, dann ein Low gebildet, Higher High und dann ein Lower High gebildet. Ja, aber daraufhin ist das Ganze umgekippt, denn wir haben dann ein Lower High gebildet und hier in dieser Struktur wieder ein Lower Low. Das heißt jetzt gerade aktuell ist die Struktur in meinen Augen ganz klar bearish, ja. Wenn man sich das Ganze jetzt hier genauer anguckt, dann sehen wir aber auch, dass wir hier folgendermaßen uns gerade aufstellen, ja. Und zwar einmal in ein neues Falling-Redge, okay. Und dieses Falling-Redge könnte natürlich jetzt hier sehr, sehr ausschlaggebend werden. Wir haben jetzt hier natürlich einmal ganz klar in dieser Zone einen starken Support, welchen wir auch einmal angetestet haben, wieder reagiert haben und bewegen uns jetzt derzeit weiter hier in diesem Falling-Redge. Wenn ihr mich fragt und man jetzt zum Beispiel noch Indikatoren wie zum Beispiel den Volume Profile zweimal dazu nimmt, die Volumen-Profile dementsprechend einmal einstellt auf Bullish und Bearish. Vor allem jetzt hier einmal das Bearish-Volumen in Gelb herausfiltert und darüber hinaus das mit dem Bullish-Volumen entgegensetzt. Ja, ich zeige es euch einmal ganz kurz. Dann sehen wir, dass das Ganze hier sehr, sehr interessant ist gerade, ja. Lasst mich einmal hier kurz die Sachen eingeben. Ja, ihr werdet jetzt sehen, wenn ich jetzt hier das Bullish-Volumen einmal auf Weiß stelle, wie das Ganze aussieht, ja. Und wir sehen, dass das Volumen jetzt hier sehr, sehr umkämpft ist. Aber, wenn man sich das anschaut, hier unten vor allem in diesem Bereich, das Bearish-Volumen leicht dominant ist, ja. Und dementsprechend ist es halt jetzt hier sehr, sehr entscheidend. Wir haben hier einen sehr, sehr hoch Volumen-Strukturbereich. Und sobald wir hier einen Breakout sehen, ob jetzt in die obere oder untere Richtung, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass diese Trend-Fortsetzung erstmal bestehen bleibt. Ja, das heißt, sollten wir bzw. konzentrieren wir uns jetzt hier bei diesem Falling-Redge auf einen Breakout. Und diesen Breakout werden wir dann auch definitiv traden. Denn wir sehen, in diesem Bereich ist kaum Volatilität, kaum Volumen. Das heißt, wir haben bis hier unten vor allem erstmal um die 26.000 Freefall-Tower angesagt. Und ihr seht, wie hoch das Bearish-Volumen hier in dieser Phase ist, in diesem übergeordneten Bereich. Und dementsprechend wird es jetzt hier sehr, sehr interessant für uns, Leute. Alles in allem, denke ich, wir sind noch nicht im Bullenmarkt angekommen, solange wir in diesem Bereich nicht nach oben schließen und durchbrechen. In meinen Augen deuten sogar gerade mehr Zeichen darauf hin, dass wir hier nochmal mit einem starken Dip zu rechnen haben, übergeordnet. Denke ich, ist die 22.000er Marke noch realistisch einmal anzutesten. Das müssen wir natürlich beobachten. Alles in allem, Leute, wie gesagt, die Antwort von mir, der Bullenmarkt ist noch nicht am Start. Ja, Leute, das soll es jetzt hier auch schon wieder zu diesem Video gewesen sein. Wir haben uns jetzt der Frage einmal entgegengestellt und meine Antwort, ganz klar, der Bullenmarkt hat noch nicht begonnen, solange wir gewisse Level nicht durchbrechen. Welche Level haben wir jetzt einmal ganz genau beschlossen? Von daher würde ich sagen, war es das für das heutige Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und ciao! Ciao!